Ciao, 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 Joe! Aus dem Land der blauen Schürzen. Joe, der Film. Was im Raum ist heute die Mortadella? Mortadella heißt, du schneidest Mafia leicht, nenne ich. Pilz, Pringferling. Heute ist ein ungroter Tag, du wirst es schon. Una giornata non diritta. Vesta lingua, ma capiscono tutti. Was? Wo bist denn gestern gewesen? Ich hab dich nicht erreicht. Ich hab die Alexa, äh, installieren. Nein, Joe, lass mich schlafen. Wir müssen die Flugtickets zahlen. Du wirst nix mit machen, im Urlaub wohnen. Hase. Und dann gehst du eine ganze Woche mehr. Machen wir ein Spittel. Na, na. Da der Mond im vierten Quartal steht, sollte der Steinbock Geldgeschäfte mit Vorsicht angehen. Wir haben so etwas, die eine an-Affbeziehung. Ich sag ihm an, er ist da auf. Den ich vor drei Wochen zwei, fünf bei dir da umgelegt. Ja, vor drei Wochen waren sie ja nur neu. Ein Felgen seien irgendwann auf die Felgen. Ganz idyllisch, ganz ohne Touristen. Urlaub auf dem Bauernhof. Na, gell, leck die Kilo, wo sollen die's auch einmal hinführen? Ich möchte mich entspannen! Ah! Ah! Bescheid, der Verheirat! Josef! Wir seien die Knippel-Spur. Schwarz, wilder Hauptzeitshand dran. Soge ich, Gabriele. Willst du mich? Na, ich hol dir die Sterne. Wuhu! 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 Ich bin schnell geworden. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja, gut, schau ja. Der Käse von Österreich! In seinem größten Abenteuer. Das hat man davon, wenn man in meine Koffer strält. Tante Saluti, drei Weiber, sechs und vier. Tschüss! Joe, der Film. Diesen Herbst auf Tour. See you later.